ladies and gentlemen mein heutiger gast wird dem einen oder anderen bereits auf netflix amazon prime und co bekannt sein und sein gesicht wird schon sehr bald auf den großen kino allein bänden der welt im neuen prequel der tribute von panen zu sehen sein dimitri andreas arbold 28 jahre jung deutscher schauspieler mit jamaikanischen wurzeln regisseur und model ist im haus liebe zuhörer und zuhörerinnen mein name ist son herzlich willkommen zu the arts of being human dimmi we're doing it we're doing it war wir haben lange darüber geredet und geträumt du hast mich immer wieder ermutigt diesen podcast starten und loszulegen und jetzt sitzen wir hier mann welcome brother we did it also you did it ich habe es mir gewünscht und manifestation also props an dich dass du den schritt gemacht hast ich habe ein paar worte mir noch aufgeschrieben zu dir wir haben wie gesagt einige coffee dates wir haben vorhin schon geredet hinter uns und dieses gespräch wird wahrscheinlich einfach eine weiterführung von dem sein was wir so oder so schon an history haben aber ich wollte noch mal hier öffentlich sagen ich schätze deine unkomplizierte und easygoing art es ist extrem angenehm unsere gespräche waren immer super interessant wir haben alle möglichen themen des lebens berührt und haben sie durchdrungen soweit es ging und ich glaube deine offenheit sowie unvoreingenommene neugier die themen des lebens zu entdecken ich glaube die die haben mich schon immer inspiriert und es war extrem wie gesagt spannend mit dir darüber zu reden dank für all die vergangenen gespräche danke für dieses und für all die kommenden much love man herzlich willkommen noch mal danke dir danke dir kann ich auch nur zurückgeben also danke was hast du denn gedacht als du her gefahren bist der erste gedanke ist war oder war die gespräche mit son sind immer immer anspruchsvoll und natürlich auch gute gespräche und glaube ich liebevolle gespräche ich hoffe dass wenn jetzt ein bisschen pressure da ist wegen den kameras und dem mikrofon und okay gut es geht auch an andere menschen dass ich dass ich es nicht versemmel aber im gleichen moment ist es wird so oder so entspannt sein also vor freude einfach vor freude du kommst grad vom dreh auch oder du bist grad zu mitten der produktion darfst du ein bisschen was verraten ja klar klar ja ich war bis vor kurzem in koblenz bei koblenz da die ecke und habe für die ard wdr habe ich die zauberflöte gedreht also quasi das ist ja eine ursprüngliche mozart oper kennt man glaube ich von da gab es ja diese diese königin danach dieses ich weiß gar nicht genau und da haben wir quasi für die ard dann für zur weihnachtszeit eine abgespackte 60 minuten lange kinder und familienfreundliche version deswegen hattest du vorhin weihnachtslieder gesummt du bist schon ganz woanders ich bin schon im modus drin du bist uns voraus okay macht es dir spaß ist es erfüllt mein leben jedes mal also wirklich ich muss immer wieder daran denken dass klar man 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 macht so in der arbeit in richtung schauspieler macht man sich natürlich immer wieder gedanken weil es ja ein beruf ist der unglaublich unsicher sein kann und sicher ist wann bekommt man den nächsten job okay gut jetzt habe ich drei monate lang kein casting bekommen okay gut wie schaust dann aus und irgendwann hat man dann schon gedanken wo man sagt oh gott vielleicht ist es jetzt der zeitpunkt an dem ich war von meinem schauspiel raus absteigen muss und dann irgendwas anderes machen muss aber am ende des tages macht mir einfach zu viel spaß erfüllt mich einfach zu sehr ich lerne so vieles über den beruf über über den beruf dann auch über menschen ich kann darauf einfach nicht verzichten okay crazy also the best decision i've ever made in my life ist ein guter einstieg für deine story am ende des tages wie bist du dort gelandet also wo beginnt deine geschichte jetzt auch bezogen auf deine schauspiel karriere soweit ich weiß sehr früh schon und warst nicht nur in deutschland unterwegs sondern auch in übersee oder auf übersee in auf wie auch immer genau erzähl uns ein bisschen mehr klar ja also ich bin ja in münchen aufgewachsen habe das priviliege dass ich auf der mis auf dieser internationalen schule in starnberg meine schulzeit verbringen durfte auch gleich von der ersten klasse bis zur bis zur zwölften und da wurden mit der elite von anfang an leider leider gottes bisschen auch aber das ist meine geschichte die nehme ich einfach mit und und ich hatte einfach das glück anders wie aus den geschichten von vielen freunden dass meine meine lehrer innen einfach unglaublich supportive waren in jeder hinsicht und habe schon damals mit ja das ist meine sechsten klasse ich weiß jetzt gar nicht 13 hatten wir schon drama unterricht und ab damals schon gespürt okay ist es interesting aber noch natürlich noch nicht in der wegung gezogen dass ich irgendwie schauspiel machen würde langfristig hatte den schwerpunkt die schule oder war es jetzt einfach ein kurs das war einfach ein kurs also damals sogar noch in der sechsten klasse pflichtfach und irgendwann dann ab der zehnten klasse wenn man dann seine wahl fächer und sowas wählen durfte da habe ich dann entschlossen okay da nehme ich wirklich drama theater als 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 wahlfach ja krass und es war dann am ende so dass meine ist eine schöne geschichte meine meine lehrerin in der zehnten klasse die miss porsons lisa porsons wunderbare frau eines tages nachdem wir szenen bearbeiten mussten und dann auch das glück hatten dass wir sie dann am abend spielen durften vor den ganzen eltern wo lustigerweise meine eltern nicht da sein konnten sie mal zu mir meinte so dimitri du hast sehr schön gespielt kannst du bitte aber deine eltern einladen auf ein gespräch ich natürlich panik bekommen das habe ich wieder verbockt und dann nach hause gegangen zu meiner mutter ich so ja meine lehrerin will ich sprechen die miss porsons will ich sprechen sie so was dame where you don't know die jamaikanerin meiner mutter get yourself in trouble so no 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 ich weiß nicht ich weiß nicht mein vater auch gesagt wir sind geschieden und dann ich glaube eine woche später saßen wir dann bei der miss porsons im zimmer und dann hat sie sich zu meinen eltern getreten meinte hervorarbeit ich weiß nicht ob sie jemals daran gedacht haben dass ihr sohn in eine kreative richtung sich entwickeln könnte oder eventuell will aber was ich ihnen sagen kann ist dass ihr sohn schauspielerisch talent hat er geht auf man spürt wie authentisch er auf der bühne ist und wie frei er sich machen kann und meiner meinung nach sollte er das auch dann weiter verfolgen und meine eltern waren natürlich im ersten moment mal baff so schauspiel weiß ich nicht was sagt man da natürlich aber hab dann auch deine elfte zwölfte klasse gesagt ok nee ich check das mal ab mach ich und war dann auch wie gesagt dann einfach die beste entscheidung um mich dann irgendwann nach new york zu führen um dort dann schauspiel zu studieren also ich habe über die jahre immer mal wieder einfach erkannt rückblickend natürlich dass ich immer mal wieder berührungspunkte hatte mit theater aber niemals in einer theater ag sondern mal im urlaub ganz stereotypisch club robinson mal 101 dalmatiner gespielt richtig drama gemacht aber weil ich dann am tag noch abgesagt habe oh nein ich kann nicht mitmachen und dann weiß ich noch war ich beim essen und irgendwas in meinem herzen so nee ich muss doch mitspielen gut und wohlgemerkt ich war da vielleicht sieben jahre alt und laufe so zur bühne habe ich noch angepasst star momente ja ja war humble beginnings ok ja krass genau ja crazy man ja ja und dann eben nach new york habe dort mein studium gemacht dann vier jahre was auch unglaublich war an der new york university unglaubliche lehre hast du dich einfach beworben? wie bist du gelandet? oder wurdest du empfohlen? Stipendium? irgendwas in der richtung? nee gar nicht ich habe auch in der elften und zwölften klasse eine lehrerin gehabt die das unglaublich gefördert hat mich unglaublich gefördert hat du hast gute lehrerin gehabt also wirklich die also ich muss wirklich sagen wenn es figuren gibt in meinem leben die mein leben wirklich definiert haben dann sind es andererseits natürlich meine mutter oder elternteile insbesondere aber meine lehrerinnen insbesondere also miss parsons und die dr reilly hast du noch kontakt zu denen? selten selten also miss parsons habe ich versucht lange zu suchen weil die auch irgendwann die schule verlassen hat aber die dr reilly immer mal wieder e-mail kontakt also ja kontakt ist noch da cool und ganz normal beworben ok du hast dich beworben ganz normal ganz normal ist es schwer da rein zu kommen ist es irgendwie ja das ist immer so ein ding also ich glaube es ist immer so ein hören sagen ja diese schule ist unglaublich schwierig da ist es schwierig angenommen zu werden ich glaube natürlich als bewerber bekommst du das gar nicht mit weil du machst ja deine castings du machst dann schreibst deinen aufsatz über was für ein buch würdest du mit auf eine einsame insel nehmen schickst es dann ab und hast dann eventuell noch ein interview und dann kommst du entweder rein oder nicht aber ich weiß nur dass viele leute es nicht schaffen aber es sich auch unglaublich viele leute bewerben und es ist ja nur begrenzt blatt ja ok warum new york warum die staaten mir waren zwei dinge wichtig drei eins in meinem umkreis in münchen ich bin in grünwald aufgewachsen war ich einer der wenigen schwarzen also mit ausnahme von üblichen gestalten malcom aden sydney aber in meinem alters kreis war ich der einzige also abgesehen von sydney und ich hatte einfach das bedürfnis mehr kontakt zu diesem teil von mir zu haben abgesehen von natürlich zu meiner mutter und dann meine familie die in florida lebt oder auf jamaica wenn ich die dann besuche aber natürlich so man sucht auch leute die ungefähr gleich alt sind wie du und da wusste ich einfach dass new york der richtige kontext für mich ist dadurch dass ich so einen starken draht zu amerika habe hatte das habe ich einfach gebraucht für mich what is my blackness how can i define myself weil das hatte ich eben in münchen nicht so wie ich es mir gewünscht hatte auch lange nicht mir dessen bewusst gewesen was wie wichtig mir das eigentlich war und ist und das ist ein grund der zweite grund war ich wo es auch einfach schauspielerisch macht es für mich unglaublich sinn im ausland zu studieren vor allen dingen im englischen englisch ist meine emotionale sprache es ist die sprache auf der ich mich am besten mit menschen dann auch verbinden kann und einen so emotionalen beruf dann dort auch auszuüben war für mich einfach das sinnvollste und der dritte grund war einfach du bist auch einfach von einem hohen kaliber an künstlern und künstlerinnen umgeben inspiriert inspiriert motiviert push dich auf eine andere art und weise wo ich mir recht sicher bin das hätte ich anderswo nicht bekommen oder zumindest nicht in den deutschen kreisen in denen ich unterwegs gewesen wäre ja das waren die drei hauptgründe okay gut wie geht die geschichte weiter du landest in new york wie alt warst du da 18 frische 18 wow frische 18 ja das heißt schon eine art selbstfindungsreise die du begangen hast an der stelle 100 prozent 100 prozent also war also lustigerweise ich war von new york als stadt nie nicht überwältigt viele leute wenn die dort hinreisen sagen zu groß so viele eindrücke so viel energie in so viel menschen ich habe genau das gebraucht ja dasselbe als ich angekommen bin ja ich war das erste mal 2016 dort und es war richtig typisch ne aus dem subway raus und dann war ich direkt am timesquare und du kennst es halt nur aus filmen du gehst raus und bumm ne die ganzen hochhäuser wolkenkratzer ähm dann dieses typische äh ding von vom untergrund her ja der smog genau dieser smog ja es war genau wie im film ich dachte mir ja die ganzen reklamen so ich dachte alter wo bin ich hier gelandet das war erschlagend aber positiv äh in diesem fall für mich aber ja ich weiß davon wovon du sprichst also es ist echt echt beeindruckend auf eine surreelle art und weise fasst also man denkt sich ja immer okay gut das was man in den filmen sieht boah kann nicht echt sein ja gut ja genau du stempelst es ab so als oder das ist halt irgendwie hollywood oder das ist ein film dann ja aber es sieht halt wirklich so aus es ist so es ist einfach so ja auch die ganzen leute der charakter von von den menschen es ist grob es ist verspielt es ist lustig es ist so einfach alles dabei also du wirst wirklich erschlagen ist eigentlich ein gutes wort dafür okay du kommst da an mit jungen blutjungen 18 jahren und die schule war mitten in new york auch und du hast dort gelebt was war das so dorm mäßig oder genau ersten zwei jahre waren dorms war noch schön war noch gut hat man natürlich einfach unglaubliche leute kennengelernt auch von aus den verschiedensten ecken der welt alles von okay indien bis zu okay minnesota no disrespect to minnesota das andere ende der welt südamerika alles mögliche ja und baut sich halt dann natürlich so sukzessive sein freundeskreis auf also die die nyu war gut gut darin einfach eine community zu bauen also wir waren oder sind direkt in manhattan drin haben auch campus in brooklyn draußen aber hauptsächlich in manhattan um den washington square rum krass und das heißt fußläufig bist du eigentlich immer in zwei drei minuten schon im nächsten nyu gebäude im nächsten studenten wohnheim kannst du dich da eintappen quatsch da mit leuten ich weiß oh gott wenn ich jetzt so drüber nachdenke mein ansatz war es immer einfach wie du schon gesagt hast irgendwie offen zu sein und ich weiß noch wie ich teilweise einfach in meinem studenten wohnheim aber auch in anderen studenten wohnheimen rumgelaufen bin von tür zu tür meistens mit einem kollegen und einfach an irgendeiner random tür geklopft habe in hoffnung dass die person aufmacht und dass ich die person dann kennen lerne so richtig blöd eigentlich war gut so hey what's going on leute natürlich so who are you what do you want ich hab nichts bestellt ich hab ähnliches getan in meiner studentenzeit ich war auf einem theologischen seminar und dort war es auch so internatsmäßig wg-dormäßig und ich war auch der typ weißt du der dann der jeden kennenlernen wollte und so war einfach super neugierig war es wer sind die leute in der oberstufe in den anderen jahrgängen und so same here so von tür zu tür gegangen einfach mal einfach mal schauen wie weit man gehen kann bei der person aber das ist doch das gute so wieso nicht in so eine schon awkward position tun um sich einerseits selbst herauszufordern das war ja auch ein grund wieso ich nach new york gegangen bin um mich selber herauszufordern neuer kontext aber auch einfach was für eine schöne art und weise mit neuen menschen zu begegnen auch wenn es ein bisschen penetrant sein mag aber manchmal ist diese penetrant auch einfach das was man braucht um erfolgreich zu sein in egal was für eine hinsicht ob es jetzt in beziehungen sind geschäftlich beruflich was auch immer ja aus discomfort kommt ganz offene etwas gutes heraus selbst wenn es im moment sich jetzt nicht geil anfühlt für dich selbst oder für eine person ich meine man muss jetzt nicht zu arg grenzen übertreten aber einfach so dieses ich in welchen ein bisschen ein space ja und alles gut weil sie ich kann auch wieder gehen aber ja ist es ermöglicht meistens irgendwie eine neue grundlage oder überhaupt mal eine öffnung im gespräch oder eine beziehungsgrundlage von daher ja das war echt eine gute erfahrung da zwei jahre dorm und dann rumgezogen wie man es halt so macht jede sechs bis zwölf monate dann in gramercy gewesen da die ecke dann nach midtown gezogen schlimmste wohnung der jemals war dann nach east williamsburg gezogen in die mckibben lofts kann man sogar googeln und wikipedian gibt es einen wikipedian track ich spoil das nicht tippt einfach mal ein mckibben lofts in wikipedian da seht so ein bisschen die nice gegensein ist ein bisschen ruhiger auch ist oder oder jetzt wahrscheinlich als szenen auch geworden ja also gentrifizierte region natürlich über die letzten 20 30 jahre so mein eck war so grenze an okay jetzt ist ranzig war es nicht also so ja okay lustigerweise genau bei meiner u-bahnhaltestelle war jay-z's lieblings pizzeria ich glaube hieß robertus oder sowas schöner laden guter laden und dann bushwick und irgendwann spanish haulem und spanish haulem war also 22 jahre oder 34 also insgesamt studiert vier vier jahre sozusagen im dorm und dann genau da lässt dann umgezogen okay was glaubst du ist die krasseste oder signifikanteste lektion in dieser zeit für dich gewesen in deinem erwachsenwerb ich glaube ich habe sowohl eine positive als auch eine negative die stadt ist ja so geprägt von wirklich allerlei menschen und ich weiß noch es ist keine schöne geschichte ich fange mit dem negativen an ich war in der u-bahn unterwegs richtung richtung stadt ich weiß gar nicht mal wann es war und es kam ich glaube es war jemand obdachlos war in den zug rein zwischen die züge gelaufen und kam dann in unseren waggon rein hat gebettelt hey let me get a dollar somebody i need some help for my keys and da 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 all that und in new york bist du das natürlich gewohnt und schaust entweder weg oder liest weiter dein buch oder hörst deine musik und was auch immer also es ist schon echt teilweise sehr ignorant aber man kann auch nicht differenzieren wer braucht wirklich wer braucht schon oder wer braucht es nicht und er war eben sehr penetrant bis es dann irgendwann darauf hinaus lief dass er meinte okay ja keiner keiner achtet auf mich ich bringe mich jetzt selber um mache ich jetzt ich und geht quasi zwischen die züge und fängt an während der zug fährt auf diese auf diese das waren so ketten auf die man steigen konnte um dann quasi die 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 züge die waggons verbunden haben und klettert da hoch und natürlich als es alle gesehen haben alles oh no 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 don't do it don't do it kam wieder rein und alle natürlich dann ihre dollar ausgepackt und alles mögliche hatten gespürt okay die energie im zug hat sich komplett verändert bin in der stadt mache mein ding für den tag habe glaube ich eigentlich einen guten tag gehabt fahr nach hause sehe ich den selben dude genau die gleiche aktion bringt und klettert auch wieder auf dieses geht auf diese auf diese kette hoch die leute auch wie das roh no 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 was nicht die stars whatever und ich saß da in dem moment ist so man soll natürlich nie judgen und aber auch in dem moment versucht nicht zu jagen weil du weißt ja nicht was für umstände in seinem leben gerade da sind aber ich habe in dem moment glaube ich wirklich begriffen wie manipulativ menschen teilweise sind oder sein müssen um etwas zu erreichen und das hat mir dann auch meine damals noch naiven bestimmt heute auch noch in gewissen hinsichten naiven augen geöffnet aber das pendelung schwingt ja auch in die genau entgegengesetzte richtung weil es auch eine stadt gewesen ist die unglaublich von freundlichkeit und nettigkeit und fürsorge geprägt war und erst was ist halt meine selten jetzt über new york aber ja aber wirklich also so viele menschen die echt mies sind jetzt nicht unbedingt jetzt dieser zug beispiel aber allgemein gibt es auch menschen die wirklich sagen wow i really want to give back to the community mir sind die menschen um mich einfach wichtig ob sie obdachlosen sind ob es die lgbtqia plus community ist die black community etc irgendwann kam hat jemand zu mir und meinte you know jedes jahr also in der uni jedes jahr am ende des jahres nachdem ich meine ganzen münzen eingesammelt habe von dem essen das ich mir gekauft habe was auch immer du deine cent stücke mit bekommst nehme ich mir quasi meine piggy bank oder behälter wo meine ganzen münzen drin sind und ich laufe einfach durch die stadt und wenn ich nun homeless menschen sehen obdachlosen sehen schmeiße ich einfach münzen in den becher hinein und quatsch kurz mit dem ich dachte wow das möchte ich auch machen es ist schön auch einfach mal ins gespräch mit dem zu treten und zu sagen wo kommst du her es sind deine umstände natürlich auf eine respektvolle art und der sind dann noch was da zu lassen weil time is money und diese diese nettigkeit trotz dem gefühl von oh gott ich weiß nicht wie ich dich als person irgendwie einstufen soll vorbehaltlos war etwas was ich wirklich mitbekommen habe mitnehmen konnte also das habe ich bis zum heutigen tag würde ich meinen würde ich hoffen immer noch also das sind zwei lektionen die wirklich bei mir bleiben lang erzählt jetzt aber er ist gut ich meine es sind so viele einflüsse die die auf einen niederprasseln und die einen bewegen und shapen und prägen so immer noch mal ein bisschen zurückgespult wenn du auf deine zeit schaust wie du angefangen hast bis hin zu immer die new york zeit warum glaubst du oder wie glaubst du hat dich schauspielerei und diese ganze szene als mensch geprägt und vor allem in diesen jungen jahren weil ich glaube dass ja sehr viel raum bei dir eingenommen hat und ich ganz klar glaube ich in eine gewisse richtung auch ausgerichtet wie gesagt schauspiel ist ja ein unglaublich emotionaler beruf und der großteil unserer ausbildung hat wirklich erst mal damit angefangen und war am ende auch immer noch so dass man sich quasi auseinander baut sich selber versteht wieso man xyz auf xyz art handelt und da lernst du dich natürlich dementsprechend auch einfach sehr gut kennen deine judgements vorbehalte bei es ist alles mögliche und ich glaube durch das studium an sich schauspiel studium an sich habe ich einfach lernen können auf einer tieferen ebene wie menschen sich verhalten und wieso sich menschen teilweise so verhalten wie sie sich verhalten es gibt für alles in meiner wahrnehmung gibt es für alles eine begründung ich glaube das ist die wahrnehmung von den meisten und mein job ist es ja als schauspieler herauszufinden wieso die person an dem also die rolle die spiele an dem ort gekommen oder gelangt ist an dem an dem sie ist und um das richtig zu machen muss ich dann eben auch einfach ein starkes menschenverständnis haben ich nenne auch teilweise schauspieler schauspieler innen so hobby psychologen weil wir nichts anderes machen als als menschen zu studieren das verhalten und so weiter genau so ist es das heißt Fazit davon ist der beruf hat mich einfach so geprägt und meine ausbildung dass ich von natur aus allein wie ich durch die welt mich bewege ein starkes interesse daran habe also an dem emotionalen wohlbefinden von menschen interesse habe weil ich einfach verstehe ach die person ist nicht einfach nur böse weil sie böse sein möchte sondern es gibt eine vergangenheit es gibt einen grund ja es gibt verschiedene tappen und ja erlebnisse die diese person geprägt haben ja aber ich meine das ist ja bei dir in deinem beruf als pastor war es ja auch so dass du unglaublich viel mit menschenseelen zu tun hattest mit emotionen und dementsprechend auch sehr nah an ich nenne es jetzt mal emotionale abgründe gekommen bist entweder also meistens dann hat über über die menschen mit denen gesprochen hast sowie also die frage jetzt mal gegengestellt wie hatte ich dein beruf in der hinsicht dann geprägt ist eine gute frage ich würde sagen sehr ähnlich wie bei dir du kannst dich ja nicht wirklich darauf vorbereiten also selbst wenn du ein studium machst und so hast du klar bei mir jetzt kurse wie seelsorge aber am ende des tages ist es nur die theorie wenn du dann mit der person da sitzt sei es einem coffee date neutral oder dann wirklich wo es super emotional wird vielleicht eine dringende akute not vor augen ist dann nimmt dich das natürlich mit du kannst jetzt nicht einfach nur ganz professionell abhaken sagen okay das war jetzt ein intensives gespräch und jetzt mache ich so weiter in meinem tag sondern natürlich bewegt dich das und du musst lernen damit umzugehen also wichtig ist wahrscheinlich mir vorstelle beim beim schauspieler ist es ähnlich so du setzt sich in eine rolle und darf sich nicht dann verlieren auch so eine klar empathie und so weiter spielt eine rolle und das macht ja ein schauspieler wahrscheinlich am ende des tages auch erfolgreich das so gut wie möglich zu transportieren und zu verkörpern und so war es bei mir auch irgendwie da zu sein die richtigen worte zu finden oder einfach mal präsent dann doch anwesend zu sein und empathisch nicht nur zu wirken sondern wirklich bis zu verkörpern menschen mit reinzunehmen ins gespräch hilfestellung zu leisten und gleichzeitig bin ich aber nicht der retter der welt gleichzeitig jetzt in meiner rolle als pastor habe ich nicht alle lösungen in der hand und kann das wunder aus dem nichts kreieren sondern ich bin genauso weißt du im boot mit sitzen und teil der ganzen sache und daher ja ich glaube wie ich damit umgegangen bin ist mit der zeit zu lernen ich sag mal gesunde grenzen zu ziehen ohne das böse zu meinen ohne zu sagen okay das soll mich nicht mehr jucken oder ich will mich abschotten darum geht es nicht sondern eher zu wissen wo meine eigenen grenzen liegen und wo ich in dem sinne mich schützen muss weil am ende des tages wenn ich da ungesund raus gehe und wenn mich zu vieles mitnimmt ich nicht die beste version meiner selbst sein kann und damit auch nicht maximal das mitgeben und verkörpern kann für die leute die dann vielleicht in so einem gespräch mich immer eine rolle brauchen so von daher ja wie du sagst auch pastoren sind in einer gewissen art und weise psychologen seelsorger in anderen worten therapeuten wie auch immer und wir müssen einiges vereinen so ich glaube jetzt kommt noch eine geistliche komponente dazu aber ja auf jeden fall sehr interessant das hat mich sehr viel geprägt ich bin ich glaube weiterhin auf dieser reise ist jetzt nicht vorbei und so aber ja ich finde es einfach am ende des tages mal als fazit so super spannend super spannend das hat glaube ich mehr positives losgelöst und angestoßen bei mir als negatives und ich glaube das ist auch einer der gründe warum jetzt dieser podcast entstanden ist aber ich merke hey diese gespräche die sollen nicht nur privat bleiben hoffentlich sondern lass uns die raushauen und ich glaube sie werden menschen helfen weil am ende des tages uns doch sehr viel verbindet und wir vieles durchgehen was nicht immer komplett gleich sein muss aber was dann ähnelt vom prinzip her und uns hilft weiterzumachen nicht aufzugeben hoffnung zu schöpfen und eine gewisse verbundenheit zu verspüren mit den personen die dann von allen walks of life sozusagen einfach ihre perspektive von der story teilen jetzt habe ich eine lange antwort gegeben aber ich habe leider für dich noch eine ergänzende frage dazu weil du drehst du gerade den spieß um oder was hier ach gar nicht so aber das ist alles gut ich weiß nämlich bei mir aus dem schauspiel sagt es ja eben gesunde grenzen aufbauen und für mich schaut so eine grenze schauspielerisch rollen technisch aus dass ich sage okay gut arbeitstag zu ende ich gehe nach hause und ich habe meine routine die ich mache um mich quasi freizumachen von diesem geist die straße in meinem körper für die zwölf stunden je nach rolle hatte aber ich weiß auch dass es eine gewisse trotzdem eine gewisse distanz zu den menschen gibt die spiele den ich spiele aber wie wie ist es denn bei dir hast du für dich selber eine routine entwickelt wenn es dann beispielsweise momente gab und gibt wo du einfach in so ein emotionales tief gezogen wirst nicht mal negativ aber einfach tief gezogen wirst von anderen menschen die als aus einer seelensorgerischen perspektive zu dir kommen hast du da für dich was aufgebaut auch eine gute frage ich glaube nicht so bewusst ich glaube eher unbewusst mit der zeit ich bin mit sehr jungen jahren in diese rolle geschlüpft durfte sehr viel verantwortung auch direkt haben und musste dann so ein bisschen damit klarkommen damit mit mit einfach dieser verpflichtung die dann manchmal zur bürde wird und gleichzeitig aber auch ein privileg ist dass menschen sich also dass menschen sich die anvertrauen dass sie ihre sorgen die erzählen dass sie tief einblicken lassen ist auch nicht selbstverständlich mit so einem vertrauen jetzt umgehen zu dürfen ist halt meines erachtens eine sehr schöne sache und gleichzeitig eben keine leichtfertige sache und von daher ja ich glaube in meinem glauben war dann ganz ganz stark dieses ich gebe das ab an denjenigen der das händeln kann und in dem fall ist es gott für mich in dem fall ist es derjenige der der noch viel mehr das interesse vertritt diesen menschen zu helfen und nicht nur dieses interesse vertritt und verkörpert sondern auch wirklich eine lösung hat und das heißt was ich am ende des tages gemacht habe ist hoffentlich nicht weil es den menschen zu versuchen von mir abhängig zu machen sondern eben immer wieder als eine art wegweiser auf den denjenigen zu zeigen der ich glaube doch die lösung für diese person ganz in real zugeschnitten parat hat und selbst wenn ich sie nicht immer hundertprozentig so formulieren kann und die konkreten nächsten schritte irgendwie aufzeichnen kann hoffe ich dass sich eine gewisse hilfestellung an der an der oder in diesen situationen mit leisten durfte und deswegen genau war das so ein bisschen allgemein schon das grundprinzip in jedem gespräch in jeder beziehung die ich geführt habe in jeder konversation richtung seelsorge und so weiter und für mich war dann ja wahrscheinlich so ein bisschen am ende des tages abzuschließen indem ich das im gebet abgebe indem ich das bewusst für mich irgendwo innerlich als entscheidung einmal fällt und sagt okay hey das ist was ich tun konnte hier sind meine grenzen und ich weiß aber in dem fall mein gott der glaube der dahinter ist der hat nicht diese begrenzung und dementsprechend ich gibt es ab an denjenigen der das handeln kann und genau darf hoffentlich in ruhe dann entspannen und einschlafen am nächsten tag wieder mein beitrag leisten ja so ungefähr aber es gab jetzt nicht so die eine routine die ich etabliert hatte genau und dort mit der zeit was dann immer einfacher und du wirst nicht so schnell mitgenommen mit sachen dich schockiert auch nicht mehr so viel weil du schon einfach zu viel erlebt hast und theoretisch alles erwartest und da musst du dann wieder ein bisschen aufpassen dass du nicht abstummst und zu kalt und zu professionell an dinge rangehst und an stories und an schicksalsschläge vielleicht genau also so ein so eine spannung die du aushalten muss ein weiches empathisches herz zu behalten weiterhin mensch menschlichkeit zu erlauben dir selbst gegenüber mal auch mitgenommen zu sein emotional bewegt zu sein und gleichzeitig aber nicht jedes mal in so einem ausmaß dass du als frack jedes mal raus gehst und am ende des tages nichts mehr von der übrig bleibt klar genau und ich glaube in der in deiner szene in deiner spaß ist sehr sehr ähnlich ich meine es gibt hier und dort die die stories von leuten die dann nicht mehr aus der rolle rauskommen und sich darin verlieren und dass sie nachhaltig irgendwo negativ prägt und gleichzeitig haben wir sehr viele gute glaube ich beispiele wo leute das als erfahrung mitnehmen und ohne das leben selbst gelebt zu haben oder diese rolle oder diese art von identität doch dann sehr empathisch mit anderen leuten umgehen können weil sie es bis zu einem gewissen grad erlaubt haben an sich selbst oder ja selbst diesen prozess irgendwie zu durchlaufen und den zu durchleben ja beantwortet ist deine frage gar nicht also ich würde klar auf jeden fall ich meine am ende also nur noch mal darauf das ist schön zusammengefasst ich sage es nur noch mal genauso wie deine rolle als pastor als bis auch ein ein vermittler ein messenger ja und so sehe ich auch meine funktion als schauspieler geschichten erzähler ich vermittle quasi an die zuschauer die geschichte diesen dieses menschens ja damit sie sich in ihm in ihr in wie noch immer wieder gespiegelt sehen können um dann am ende des tages irgendwie besser raus zu kommen und genauso wie du irgendwann sagst okay hier ist meine grenze weiter kann ich nicht weil ich nicht die kapazitäten dafür habe ob emotional oder seelisch geistig muss ich auch am ende nachdem ich meine rolle abgegeben habe oder meine rolle gespielt habe sagen that's all i can do der rest ist euch überlassen so schaut was ihr daraus macht wenn ihr was daraus lernen könnt i love it dann bin ich umso glücklicher und ich glaube in das bewusstsein darüber oder das bewusstsein darüber hilft mir auch nochmal dabei eine gesunde grenze aufzubauen zu sagen okay meine rolle oder mein job geht bis hier hin und nicht weiter weil auch nicht weiter gehen kann also da da ich sag's immer wieder da sind unglaublich schöne parallelen zwischen unseren tätigkeiten und feldern wir machen nochmal einen schritt zurück in dieser findungsphase ja du bist unterwegs als junger mensch du bist im ausland du schlägst einen gewissen fahrt ein und bringst aber doch bereits eine story mit dein name glaube ich lässt schon aufhorchen dimitri andreas arbold ich glaube menschen verbinden direkt vielleicht ein gewisses bild eine gewisse person dann mit mit so einem namen aber was sind so deine struggles gewesen du hast ein bisschen schon angerissen aber was sind so deine struggles gewesen in dieser identitäts erfindung bis jetzt also gut den einen struggle habe ich schon angesprochen dass ich mich selten widerspiegelt bekommen habe in meiner jugend und ich einfach dementsprechend gespürt habe dass ein teil von mir ein großer bestandteil von mir einfach nicht zur an die oberfläche kommen kann nicht herauskommen kann und als jugendlicher wenn du dich natürlich erst mal damit befasst okay was halt die interessen von einem jugendlichen im alter von 10 bis 18 sind fußballer werden oh dieses mädchen mag mich oh ich mag dieses mädchen da hast du in den meisten oder zumindest hatte ich nicht die 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 voraussicht zu wissen dass mir eben dieser black dieser bezug zu meiner blackness so wichtig war und bin dann oftmals in so ein muster gefallen wo ich das fällt mir erst oder ist mir erst rückblickend aufgefallen dass ich mich so in meiner persönlichkeit justiert habe dass ich irgendwie reingepasst habe also ich habe mich schon oft außen vor gefühlt klar es gab auch kleine rassistische vorfälle oder auch größere rassistische vorfälle die andererseits auch einfach kindlichkeit geschuldet sind die kinder am ende des tages das von ihren eltern kommuniziert bekommen oder was auch immer aber ich glaube was mich mehr beeinflusst hat war eigentlich die erwartung von was soll ich dimitri andreas arbold mit einem super white name aber mit einer mit so einer hautfarbe eigentlich wirklich sein ich bin nicht repräsentativ von dem bild von dem afroamerikanischen black dude der in baltimore lebt und auf der an der ecke dealt crack raucht und jeden abend zu hause sitzt und beats macht sondern ich bin einfach ein junger mann der wirklich das privileg hatte und ich betone nochmal privileg und das ist mir auch bewusst dass ich nicht in so einem umfeld aufgewachsen bin und dementsprechend auch ganz anders geprägt war ja aber black bin ich trotzdem und das geprägt von meiner mutter und von meiner jamaikanischen kultur bin ich trotzdem ob es das essen ist ob es die musik ist ob es die ganzen urlaube waren die ich dort gemacht habe um meine familie zu sehen was ja oft gar kein urlaub ist weil family will be stressful sometimes ja anders großes thema ja naja auf jeden fall also diese diskrepanz war war echt ein struggle für mich weil ich immer das gefühl hatte ich muss mich ich ich muss beweisen dass ich black bin dass ich dazu gehöre ja und irgendwann als ich dann mehr mich in meine black rolle sag ich jetzt mal hineinleben konnte hieß es dann du bist doch der weißeste schwarze demon dann muss ich auch nochmal drüber nachdenken wieso bin ich jetzt der weißeste schwarze wieso kann ich was macht einen weiß also abgesehen davon von der hautfarbe was macht einen schwarz so nur weil ich tennis spiel heißt es dass ich nicht black bin ich nehme jetzt zum beispiel an serena williams und venus williams oder oder wenn ich golf spiele was ich nicht tue bin ich dann nicht black oder bei tiger woods und damit musste ich mich lange 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 auseinandersetzen und auch noch bis heute immer mal wieder einfach daran erinnern so you're 100% black and you're also 100% white weißt du vielleicht nicht biologisch gesehen aber ich sag jetzt mal seelisch gesehen weil jeder kann alles sein muss man vorsichtig sein aber in der hinsicht meine ich jetzt was ist so wenn du aus einem kontext kommst wenn das dein upbringing ist wenn das deine story ist absolut das sehe ich sehr 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 ähnlich ich habe ja auch multi-culti background und war ähnlich also dieses bist du oder wieder verlieren verlierst du dich voll als the asian guy so du kannst voll die asiatische seite raushängen lassen und gleichzeitig weißt du das ist aber nicht alles das ist nicht alles wer ich bin und kannst du dich gut anpassen in einem eher ich sag mal konservativen deutschen europäischen kontext ja weil du es gelernt hast weißt du es war halt auch teil deines lebens von anfang an so seit dem kindergarten und so weiter und so fort das heißt ja du kommst klar du kannst dich anpassen du kannst deine language darauf trimmen und du du passt auch dazu vielleicht nicht immer äußerlich aber rein von der kultur her und dennoch kannst du aber nicht nur so oder du willst nicht nur so oder beziehungsweise irgendwie verleumdest du dann eine andere seite wenn du nur so bist und dich nur in so einem umkreis in so einem umfeld bewegst und ja voll also man musste irgendwie lernen und das ist mein learning in dem dem ganzen so ein bisschen wahrscheinlich weder noch zu judgen und nicht immer zu erwarten dass der kontext und das umfeld immer alles repräsentieren muss was auch dich ausmacht sondern dass es okay ist mal so mal so und dass sich das aber auch weiterentwickelt ich merke vor allem im kürtischen kontext in den letzten jahren hat sich viel getan was auch unsere gesellschaft letztendlich parallel an entwicklung gerade dort was gerade sich dort abzeichnet und es ist dieses es gibt eine neue generation an deutscher gesellschaft sage ich mal die doch sehr bunt ist und nicht nur äußerlich sehr bunt aussieht sondern intern intrinsisch bunt geprägt ist und multi kulti einflüsse migrationshintergründe third culture kids so diese generation dass die voll am wachsen ist und am kultur raumeinnehmend unterwegs ist und dadurch ja vor allem die junge generation schon ganz anders wieder drauf ist ganz anders geprägt ist ihre sprache schon meilenweit in eine andere richtung sich sich bewegt oder entwickelt und von daher ja es ist eine spannende reise glaube ich im großen ganzen weil man sich in so vielen sphären wiedererkennt und gleichzeitig aber gar nicht in eine schublade stecken muss ja ich glaube so oder so wir bewegen uns ja in eine sehr pluralistische gesellschaftliche richtung und für mich ist das auch der nächste schritt der menschlichen weiterentwicklung der pluralismus in bezug auf unsere kultur und das ist jetzt mal spezieller als interessen sein oder kultureller austausch zwischen einzelnen ländern etc ich glaube dass wir das brauchen um uns dann auch einfach als menschen auf einer gesünderen aus meiner meinung und besseren ebene dann zu verstehen also am ende des tages wollen wir ja von allen einfach verstanden werden ja und gesehen werden und auch auf eine gewisse art und weise geliebt werden in unserer fülle so wie es gott tut so wie es die menschen tun die uns unkonditionell 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 lieben oder konditionslos da haben wir es konditionslos lieben und ich glaube dass eben diese diese multikulturalität ein weg sein wird wie wir an so einem punkt gelangen also zumindest ist das mein wunsch am ende des tages ja ja ich meine das spiegelt sich ja schon sehr wieder auch ne in den ganzen bewegungen und auch politischen sachen die wir heutzutage haben dieses one race just one humanity all love und so weiter und dann jetzt in meinem glauben ist es irgendwo auch sag mal königreich gottes ist so ein begriff himmel auf erden das ist sowas oder all das wird auch darin mit inhaltlich verkörpert wo man sagt hey wir sehnen uns nach einer realität wo es keine rolle mehr spielt beziehungsweise es spielt eine rolle aber positiv diversität ist nicht eine negative sache sondern eine absolut positive sache die mehrwert kreiert wo verschiedene ströme zusammenkommen und wie aber klar kommen miteinander und nicht uns dann definieren dadurch dass das wir unterschiedlich sind sondern dann die gemeinsamkeit betonen und die verbindung aufsuchen ja voll also ich glaube dass es in jedem von uns ich glaube wenn jeder oder jeder gesunde mensch hat hat diesen wunsch simi mal zusammengefasst all die erfahrungen du die du bisher jetzt gesammelt hast alles was dich geprägt hat all die die lektion die du gelernt hast was würdest du sagen sieht die kunst des menschseins aus wie sieht das aus für dich große frage für mich einerseits ich trotz der ganzen dunkelheit die es auf der welt gibt sich immer richtung licht zu bewegen liebe zu schenken liebe zu akzeptieren und in fülle zu spüren Emotionen weil am ende des tages haben wir nicht mehr als das was uns fühlen lässt ob es freunde sind ob es familie sind ob es schmerzen sind weil du dir deinen knöchel verstockt hast und was ist mehr menschlich als das und die kunst das spüren zu können in fülle ist für mich auch eine kunst mensch zu sein teil der kunst mensch zu sein ja glaube ich würde ähnliches sagen ich denke die kunst mensch zu sein beinhaltet vollkommen mensch zu sein und das glaube ich was du gerade gesagt hast mit das zu embracen das zu umarmen was uns mensch macht was uns menschlich macht und das bedeutet manchmal eben die spannung auszuhalten den schmerz zu erlauben durch die trauer zu gehen die freude zu verspüren glückliche momente zu durchleben frustrierende momente auszuhalten geduldig zu sein zu hoffen zu lieben zu weinen zu lachen all diese punkte ich glaube kunst das mensch sein muss gar nicht so kompliziert sein sondern es ist okay zu sein mit seiner natur okay zu sein mit dem mensch sein und so ein bisschen sich auf eine reise zu begeben was es eben bedeutet und was es alles noch beinhaltet und das ist sich nicht unbedingt einschränken und beschränken muss auf irgendwie nur ein kulturelles upbringing oder ein kontext sondern dass so viel mehr noch zu entdecken und zu erleben ist und dann noch viel mit dem zu tun hat meines Erachtens mit dem was du auch machst was deine berufung an dieser stelle ist und was dein Beitrag deine Mission in diesem Leben ist was würdest du denn sagen ist deine Mission in diesem Leben Geschichten zu erzählen Menschen und Stimmen Raum zu geben diese Geschichten ihre Geschichten zu teilen und Einsicht zu geben ich glaube das ist das was meine das ist meine Mission und das lebe ich auch beruflich aus auf einer sehr wortwörtlichen Ebene aber dann privat auch weil ich unglaublich gerne zuhöre auch wenn ich jetzt die letzten Minuten sehr viel geredet habe und ich glaube allein durchs Zuhören schafft man genauso einen Space und das ist glaube ich auch das was ich am besten kann ja krass ist es etwas was mit der Zeit sich für dich entwickelt hat oder wo du das realisiert hast oder würdest du sagen bist du anders drauf gekommen ne also ich war schon immer perfekt ne nein natürlich hat sich das entwickelt entwickelt sich mit den Werten die man für sich findet dann mit habe ich das Gefühl dass ich früher niederträchtige Werte hatte nein haben sich diese Werte meiner Meinung nach verbessert ja und mit dieser Verbesserung in Anführungszeichen meiner Werte kam halt dann auch eben dieser Lebensansatz nenne ich mal oder diese Mission ja und dieser Ansatz wird sich auch weiterhin entwickeln der bleibt fluide das heißt es ist es war schon immer im Wandel und wird auch immer im Wandel sein ja so wie vieles im Leben ja so wie vieles im Leben wer gibt dir denn die Richtung vor an dieser Stelle wow diese Entwicklung du weißt ja wohin es jetzt schon läuft aber genau in meinem Fall hat der Glaube natürlich hier eine sehr sehr prägnante Rolle wo es von einer bestimmten Richtung auch her kommt was jetzt meine Werte betrifft und was ich als gut erachte und was ich als nicht so gut erachte was ist denn für dich so dein dein Kompass in dieser Findung gewesen oder anders gefragt spielt der Glaube an dieser Stelle eine Rolle bei dir definitiv ob es jetzt ein Glaube ist der direkt an eine gewisse Religion gebunden ist ist eine andere Sache also ich bin ich bin ein spiritueller Mensch ich bin auch weil ich einfach sehr viel Interesse an Religion als solches habe jemand der sich viel mit auch Buddhismus und Hinduismus und Christianity mit dem Christentum und auch teilweise gewissen afrikanischen Glaubenskulturen halt auseinandergesetzt hat und ich wertvolle Dinge aus all diesen Glaubensrichtungen ziehen kann und konnte ich bin ein bisschen der Auffassung und das bezieht sich wirklich nur auf mich selber dass ich gar nicht weil ich in jeder Glaubensrichtung etwas finde was für mich Sinn ergibt und mir auch eine Richtung geben könnte kann ich auch nicht von vornherein sagen okay ich halte an einem speziellen Glauben fest das heißt meine Richtung beziehe ich aus den verschiedensten Lebens Bereichen die ich so oder so schon noch nicht habe ob es meine Eltern sind ob es meine Freunde sind ob es mein Glaube ist ob es die Sachen sind die ich im Schauspiel lerne aber wenn ich es jetzt an konkrete Menschen festmachen müsste dann ist es einerseits meine Mutter mein Vater meine Schauspiellehrerinnen Idole die etwas vorleben was ich schön finde und was übermenschliches Auras Auri Energien ich vertraue auf die Energien die sich in meine Richtung bewegen und die zeigen mir dann schon den Weg auch wenn es der richtige der falsche Weg vielleicht ist damit ich dann irgendwann auf den richtigen komme vage aber es ist vollkommen in Ordnung vollkommen in Ordnung ja ich meine du weißt woher ich komme so ich bin dem christlichen Glauben verschrieben ich bin Pastor für sehr lange gewesen und wer weiß ob es nochmal was demnächst wird aber genau für mich war es halt nicht nur ein Job für mich war es jetzt nicht ja okay irgendwie pick and choose so sondern schon eine Überzeugung und für mich geht es auch weniger um weißt du das eine hört sich besser an oder wie auch immer und ich gehe da argumentatorisch rein und versuche das irgendwie keine Ahnung zu sezieren und dann weißt du eins am anderen dann gegenüber zu stellen darum geht es weniger ich glaube was mich packt ist ich bin ich bin tatsächlich fasziniert ich bin fasziniert von von dem christlichen Glauben weil es eben nicht nur ein religiöses Konstrukt eben ist sondern es sich sehr stark eben um eine Person dreht und diese Person verkörpert wenn du so willst alles und das gibt es eigentlich nicht das gibt es eigentlich nicht weil wir als Menschen eben doch nicht alles verkörpern können wir doch wie in den anfänglichen Gesprächsthemen zu kurz kommen an so vielen Stellen und das ist jetzt aber eine Lösung gibt und jemand der mir die Hand reicht und sagt hey we got this wir können das zusammen hinkriegen und es ist okay Mensch zu sein es ist okay auf der Reise zu sein es ist okay alles zu entdecken aber ich lasse dich nicht allein dabei ich glaube das ist was mich nach wie vor packt das habe ich bisher nirgendwo anders gefunden und deswegen ich bin einfach begeistert an dieser Stelle und demnach verschrieben für eben diesen Glauben für diesen christlichen Gott ja und das ist wo ich sehr viel Wert rausziehe wo ich meine meine Norm mit ableite und was am Ende des Tages mein Kompass in diesem Leben ist weil ich glaube ja dass ich nicht immer weiß was das Beste ist für mich auch wenn man wachsen darf und mit dem Alter reflektierter unterwegs ist hoffentlich und reifer Sachen sieht und anpackt ich glaube am Ende des Tages haben wir doch nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen und es braucht eine übernatürliche Kraft eine übernatürliche Navigation in diesem Leben so ähnlich wie du es am Ende jetzt beschrieben hattest für mich ist es halt nur sehr konkret jetzt benannt sage ich mal genau aber hattest du Berührungspunkte mit dem Glauben viel also den christlichen Glauben oder so ja also weil ich bin als Kind ich meine Bayern München katholisch und so weiter ist ja schon eine Sache meine Mutter ist evangelisch aufgewachsen und ist auch gläubig und Jamaika ist auch einfach ein Land das stark vom Christentum geprägt ist also stark christliches Land das heißt Vater Gott was always around also hauptsächlich in der Kapazität und dann natürlich auch über Freunde ob es du bist ob es mein 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 Homie der bless ist bigger bless da auch und es ist auch also bei mir ist keiner keiner keineswegs eine Abneigung gegenüber dem Glauben also es ist wirklich so ich glaube ich glaube auch an Gott aber ich glaube halt auch an das für jetzt Menschen die im Buddhismus beispielsweise dass sie auch dann die die Lehren des Buddhas glauben aber gut deshalb bin ich jetzt noch mal vom Thema abgekommen aber am Ende des Tages ja also glaube ist auch war schon immer in meinem Leben präsent gab zwar eine Zeit wo ich nicht sehr gläubig war aber ich jetzt wieder an dem Punkt bin wo ich sage ja das ist eigentlich instrumentell in meinem Leben brauche ich weil ich bin nicht zu allem fähig das was über uns steht ist ob es die Welt ist ob es Gott ist ob es fair enough ich glaube wie gesagt das ist eine Reise also nach wie vor es wäre sehr ignorant zu sagen aber ich habe alles begriffen ich weiß wie die Welt funktioniert und mit Glaube Gott und so weiter ja und auch diese Posture will ich immer halten als jemand der auch in der Kirche tätig war und eine gewisse Vorbildfunktion hatte nie zu meinen okay genau zu wissen wie alles läuft sondern klar darf man Richtungen mit einschlagen und Überzeugungen haben aber ja wer sind wir dass wir Gott in eine Schublade packen there you go humility oder Demut okay mal eine andere Frage bist du happy doch eine andere Frage na listen let's go for it bin ich happy ich habe viele Momente der Happiness um es jetzt nicht zu kompliziert zu machen für mich kann happiness und sadness gleichzeitig existieren in einem Moment das heißt so glücklich wie ich in einem Moment sein kann kann ich genauso traurig sein aber es ist einfach worauf fokussiert sich mein Gehirn gerade in was für einem Kontext befinde ich mich gerade einfach beantwortet ja I'm blessed ich habe so viel in meinem Leben was mich glücklich machen kann nicht an Wertgegenstände sondern Menschen Unterstützung Liebe auch wenn ich diese Liebe manchmal nicht annehmen kann ich glaube ich bin nicht undankbar genug zu sagen dass ich nicht glücklich bin oder dass ich zumindest die Kapazität habe glücklich zu sein und wenn ich es nicht bin dann liegt es an mir ich habe aber auch nicht den Anspruch immer glücklich zu sein interessiert mich nicht oft auch ja ich glaube wenn man sich zu sehr darauf fokussiert dann kann man nur zu kurz kommen wahrscheinlich weil es dann imaginär immer anders aussieht oder man eine andere Erwartung dann doch in sich trägt was denkst du mal an einem Punkt als Beispiel festgemacht hast du früher dein Glück von abhängig gemacht und was du heute eben dein Glück nicht mehr von abhängig machst also deine Glücksmomente sag ich mal vielleicht dass ich dass mich Menschen mögen es ist ein Thema das auch mit dem Thema das wir vorher besprochen haben in Bezug auf so okay muss irgendwie reinpassen Blackness bla bla aber das war immer ein Ding für mich dass ich sage okay ich möchte dass Menschen mich mögen damit ich mich gesehen fühle und geliebt fühle das ist ein großes Thema nicht nur bei dir ja und bestimmt schwingt es noch mit bis zum heutigen Tag definitiv nicht mehr so stark aber das war etwas was ich früher gewertschätzt habe dass ich inzwischen nicht mehr wertschätze weil es einfach am Ende des Tages mich in Richtung inauthentisches Selbst führt ja 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 100% wie ist es bei dir bei mir was habe ich oder auf das gleiche Thema jetzt ich ich weiß nicht ob ich das immer super super hoch gehalten habe aber natürlich hat es mit geschwungen an so vielen Stellen in meinem Leben und du bist ja auch exposed so ein bisschen als Pastor in dieser Rolle du bist sichtbar für Leute manchmal zu sichtbar manchmal musst du doch nicht um den Schein zu wahren aber weil es ich sag mal zu deiner Rolle gehört doch sehr transparent sein und doch Leute reinschauen lassen und das hilft dir persönlich aber nicht immer und dann aber sich diesen Judgment auch auszusetzen ob Leute das gut finden oder nicht gut finden ob sie oder ob es ihrem Bild der Erwartung entspricht oder nicht also davon sich nicht loszureißen sondern eine gesunde Mitte wahrscheinlich zu finden im Sinne von irgendwo deine Rolle einzunehmen und gleichzeitig aber ja vielleicht dich nicht zu sehr dann abhängig zu machen was dann doch an unterschiedlichen Erwartungen da ist bei Leuten und was klischeehaft auch bekannt schon ist oder dann herumschwirrt in den Köpfen der Menschen genau und das musste ich so ein bisschen herausfinden in meiner pastoralen Entwicklung und Findung und ja bin dann so ungefähr mit diesem Thema umgegangen ja aber klar also rein von der menschlichen Natur ist es natürlich dass sich das erstmal mitnimmt vor allem ich glaube die ersten Feedback Gespräche und Kommentare die dann so kommen wie die Predigt war oder wie du aufgetreten bist und so weiter und wenn da mal was Negatives kam am Anfang das war dann schon sehr sehr heavy und wo du dann gemerkt hast wow das tut mir ja gar nicht gut und das ist auch gar nicht der Grund warum ich das getan habe dass es jetzt jedem gefallen muss oder dass ich gut dastehe sondern als Prediger als Pastor hast du ja eine gewisse Message die du vertrittst einfach nur oder die du vermittelst und das löst so ein bisschen auch den Druck dann oder es nimmt dir den Druck weil es klar aus seiner Perspektive dann kommuniziert ist aber nicht unbedingt auf dich basiert ist ja also zusammengefasst so bin ich damit klar gekommen aber ja ist ein großes Thema großes Thema für sehr viele Menschen sich von dieser People Pleasing Mentalität zu lösen zu lösen oder zu reifen wie gesagt man muss ja nicht komplett alles cutten und immer sagen mir ist alles egal so was andere denken sondern es gibt einen Miteinander und man darf aufeinander achten und man darf sensibel sein mit dem anderen aber man muss nicht das immer tun auf eigene Kosten ja also dieses auf eigene Kosten ist glaube ich da wirklich der ausschlaggebende Punkt so ich glaube es gibt People Pleasing und da gibt es wirklich wie du schon sagtest sich einfach wirklich ernsthaft dich um das Wohlergehen von Menschen kümmern ohne dass es einem selber was wegnimmt sondern wenn am Ende sogar bereichert ja darauf seinen Fokus zu legen ist glaube ich dann die wertvollere Strategie Timmy wann warst du das letzte Mal wirklich du selbst in welchem Moment war das das letzte Mal ja also jetzt natürlich während dem Gespräch zumindest viele Aspekte von mir heute allgemein allgemein schon auch bei meiner Partnerin also ich glaube ich habe gerade einen Stretch wo echt viel Authentizität aus mir strömt aber ich glaube am authentischsten wahrscheinlich wenn ich mich verletzlich fühle und das letzte Mal habe ich mich wirklich verletzlich gefühlt also zutiefst als ich einen Tag hatte beim Drehen wo ich das Gefühl hatte heute bin ich aber richtig schlecht weil ich dann auch einfach in seiner eigenen Schwäche erkennt man auch sein wahres Ich das wahre Ich zeigt sich ja auch in Momenten der Schwäche heißt wann war das heute ist Freitag Donnerstag letzte Woche Montag Dienstag wahrscheinlich ok ok mal anders gefragt wann ist der letzte Moment für dich gewesen wo du dich als Imposter gefühlt hast wo du so gar nicht dich wohl gefühlt hast in deiner Haut gestern Abend war ich war ich kurz bei einer Veranstaltung und so so ein bisschen schickeria weißt du und das ist tatsächlich etwas damit kann ich mich gar nicht trotz meinem Ort wo ich aufgewachsen bin damit kann ich mich nicht identifizieren das ist entfremdend für mich habe ich wirklich das Gefühl dass ich mehr schauspielen muss als ich schauspielen muss wenn ich wirklich einen Job habe also da führe ich mich wirklich als Imposter aber gut ich meine am Ende des Tages machst du das weil du dann sagst ok gut bevor ich jetzt irgendwie mit einer miesen miesen Laune und so eine Geschichte irgendwo reinlaufe und dann meine negative Energie auf andere Leute dann projiziere das heißt ja nicht dass das gleich inauthentisch ist heißt ja einfach nur dass du dich gerade nicht wohl genug fühlst dich authentisch ganz voll und ganz zu zeigen das heißt gestern Abend zusammenreißen den Abend take one for the team ja ich sehe ich sehe wie ist es bei dir denn wann war das letzte Mal dass du dich sowohl als Imposter geführt hast aber dann auch dein volles authentisch dass ich ich glaube so richtig ich selbst oder mal maximal ausgeschöpft wenn ich in einem social setting bin wahrscheinlich mit der Familie ich bin gerade wieder bei meinen Eltern zu Hause und da ist eine ganz andere Art von Freiheit da sich sich zu zeigen oder sich mitzuteilen oder einfach zu sein hat seine Vorteile hat seine Nachteile aber ich glaube da habe ich die wenigsten Filter Masken und Modi drauf sondern bin sehr stripped back so und andersherum Imposter mäßig ich habe jetzt nur einen Moment im Kopf ich war letzte Woche auch in München und ich war dann abends noch unterwegs und war dann in der Bar und dann war es halt also jetzt gar nicht so München Bashing jetzt klinge aber es hat schon auch mit Schickeria zu tun und wo ich mir auch dachte boah irgendwie ich habe gar keine Energie gerade ich habe einen langen Tag gehabt und die Gespräche sind sehr oberflächlich gerade also was nicht was nicht schlimm ist du hast deine verschiedenen social settings eben aber ich hatte einfach gerade keine Muße gerade keine Kraft dazu und es war viel so ein Sehen und Gesehen werden und da habe ich gedacht was mache ich hier eigentlich also fühle mich gar nicht wohl auch wenn es okay ist in anderen Fällen aber in dem Moment war es nicht cool dann bin ich auch nach Hause gegangen that's the move that's the move you gotta dip man sometimes you just gotta bounce you gotta leave ja ja okay hey kommen wir zur Abschlussfrage also bisher echt crazy Dinge ich glaube die wir angesprochen haben und es ist einige Zeit vergangen I loved it aber yes me too me too aber ich habe so eine Tradition am etablieren und zwar darf der vorherige Gast demnächst immer eine Frage stellen und die Frage an dich zum Abschluss ist welchen Song verbindest du mit einem sehr positiven Erlebnis aus deiner Vergangenheit schöne Frage von wem haben wir die Frage darf ich das verraten oder will ich das nicht verraten ist okay dann verrate nicht aber egal wer es war sag auf alle Fälle danke für die Frage Song und dann das positive Erlebnis mit welchem Song verbindest du ein sehr positives Erlebnis muss ich kurz überlegen kein Christmas Song nah too early for that ich verbinde das Lied wow Luther Vandross A House Is Not A Home das ist ein Lied das habe ich früher sehr viel durch meine Mutter gehört es war eines der Lieder das immer wieder so The Temptations and The Supremes lief einfach im Haus und da gab es tatsächlich mehrere Momente desto älter man ja natürlich wird desto weniger Zeit verbringt man mit den Eltern weil einfach weniger Zeit da ist zumindest ist es bei mir der Fall aber ich weiß dass es mal nach einer langen Zeit nachdem ich mit meiner Mutter keine Zeit verbracht hatte und wir mal auf dem Auto im Auto saßen auf dem Weg in die Stadt weil ich irgendwie zum Geburtstag Zeit miteinander geschenkt habe und was auch immer und da lief dieses A House Is Not A Home Lied von Luther Vandross was eigentlich eine unglaublich schöne Version ist von ihm und da habe ich mich auch wieder unglaublich verbunden so oder so aber unglaublich verbunden gefühlt mit meiner Mutter das war ein schönes Erlebnis weil wir halt dann beide miteinander im Auto gesungen haben sie ist schöner als ich aber ich bin mir sicher du kannst auch singen das gehört ja dazu zu der Ausbildung oder? bei mir leider nicht achso okay das muss ich mir schon selber antrainieren mit Hilfe von meinen Gesangslehrern Props to those two nice okay aber hey voll der schöne Abschluss glaube ich heißt ich stelle jetzt noch eine Frage an die nächste Person ja im privaten dann die wird hier noch nicht veröffentlicht okay got it got it genau aber ja was bleibt mir übrig ich kann nur danke sagen für das Gespräch es hat mir sehr viel Spaß gemacht es war super entspannend und gleichzeitig herausfordernd glaube ich ja man vielen Dank vielen Dank it's a wrap danke dir für deine Zeit für deine Energie für deine Präsenz und ich bin auch unglaublich glücklich dass ich dich kennenlernen durfte und dass du mich eingeladen hast also big kudos big props big thanks to you thank you appreciate it okay cool that's it bye consequences d we 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 and we we Vielen Dank.